Hallo Freunde der Käuflichen Liebe und ich heiße euch mal wieder willkommen zu einem weiteren Teil Twiles Fusion, diesmal mit der DLC Kampagne Empire of the Sky. Bis jetzt bin ich hier noch keine Map gefahren, aber ich werde, wie gesagt, bis auf die Extrem, FMX und Technikparcours alle zeigen hier jetzt in dem Part. Das heißt, wir haben hier einmal eine mittlere Strecke ausgegangen, die nächste wäre wieder eine mittlere Strecke Eden, die dritte mittlere Stratosphäre. Jetzt folgt die schwere Map Eiskalt Entwischt und die nächste schwere Map das Substratum. Die hier lässt sich einfach mal weg. Die Map kenne ich, die habe ich nämlich schon auf YouTube bei, Achtung mal wieder Schleichwerbung beim Commander Krieger gesehen, neben seinem Kanal. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine geile Map, aber da bin ich noch meilenweit von entfernt, dass ich die auch noch ansatzweise schaffen könnte und wie gesagt, FMX Technikparcours interessiert mich gar nicht. Darum werde ich die, ne, die werde ich hier in dem Part jetzt auch nicht zeigen. Also, fangen wir mal an mit der Map ausgegangen. Ausgegangen? Ja, ausgegangen. Natürlich wieder mit der Pit Viper. So, mal gucken, was hier auf mich wartet. Wie gesagt, die Maps kenne ich noch nicht. Ui, was jetzt? Was? Nein, nein, nein. Ernsthaft? Ohoho, Alter, das geht echt gut los. Rückwärts, rückwärts und hoch da. Und, armer Frontflip für die Galerie. Komm hoch, komm hoch, komm hoch und jawohl, rüber. Hui, nein, 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 ja. Oh, scheiße. Okay, da wollte ich mal einen Frontflip machen, aber nö. Und da ist das erste Ziel. Und in meinem ersten Versuch gleich Silbermedaille. Für Gold wäre ein Fehler und 43 Sekunden. Okay, das wäre definitiv machbar gewesen, behaupte ich mal. Irgendwann ist machbar. So, nun haben wir die Map Eden. P.T. Viper natürlich. Was auch sonst. Ahem. Oh, 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 doch, passt. Na, komm. Komm, 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 so ist brav. Ah, das reicht nicht. Nein, zu weit. Zu kurz. Kacke. Mann. Na, komm, komm, komm. Ah, Dreck. Jawohl. Jawohl, jawohl. Nein, 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 zu. Zu doll gedokst. Und jetzt aber. Oh, nee, nicht ernsthaft. Äh. Boah, das gibt's doch nicht. Dreck hier. So. Wie ist denn's denn Schickbrunten noch? Mann, ey. Und hoch mit dir, komm. Ich hasse Schrägen. Ich hasse sie. Und wie ich sie hasse. Nein, 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 nein. Ah. Mein Gott. Na, also. Ziel. Immer noch. Oh, danke. Wie lange ist diese Schicke eigentlich? Ah, da ist Ziel. Oh, Mann. Okay. Geile Map. Auch schön lang. Gut, und von Fehlerpunkten her bei mir eher noch sehr viel verbesserungswürdig. Aber das ist ja nun kein Geheimnis. Fünf Fehler und zwei zählen für Silber. Okay. Dann die letzte mittlere in der Kampagne. Stratosphäre. Ah, Mann. Okay. Ah, break. Oh. Oops. Oh. Oh. Ah, okay. Ah, einmal zurück. Ah, shit, ich hab den Checkpoint auch nicht gekriegt. Nein, 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 nicht so hoch. Boah. Ah, Mist, die Kacke. Oh, oh, oh. Shit. Nein, das war zu kurz. Ah. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Okay, hier den richtigen Schwung finden. Das war aber nicht. Das ist doch gar nicht mal so einfach. Aber jetzt, 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 jetzt. Jawohl. Oh, Mann. Habt ihr sich erst auf, ey? Oh, was denn jetzt? Okay. Alles klar, in der Schwerelosigkeit. Auch schön. Alter. Ja, hallo. Da kommt jetzt ja gar nicht drauf, klar. Alter. Jawohl. Zurück. Nein, 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 nein. Jawohl. Nein, nicht. Oh, Dreck. So. Ach, da ist schon das Ziel. Okay. Okay. Auch eine coole Map. Gibt's nix. Oh, Bronzenmedaille. Nochmal acht Fehler für Silber. Fünf Fehler und, oh, 33 Sekunden weniger. Auch noch, da bräuchte ich noch ein bisschen Übung für. Und jetzt wird sie lustig. Jetzt kommt die erste schwere Map. Eiskalt entwischt. Okay. Okay. Da bin ich jetzt ja mal sowas von mir spannend. Ja, nee, ist klar. Und Schiss. Okay, machen wir mal kurz einen Zwischenstopp. Mann. Nein. Komm, komm, komm. Oh, hol dir doch den Checkpoint. Moment. Okay. Okay. Ich sehe schon, das wird eine Map, wo ich einfach mal nur probieren kann. So, Moment. Was ich, oder? Ich hab gemerkt, aber kann ich da auch einfach in den Wasser strahlen und dann... Ah, gut, nee, da bremst nicht genug. Mann. Jawohl. Jawohl. Oh. Oh, nö, 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 nö. Nein. Oh, verdammter Artigkontakt. Jawohl. Oh, ey. Nein. Doch. Kommst du, Herr Hoche. Ach, du... Ja, und? Genau, du bist locker. Chapeau. Oh, alter. Oh, Gott. Okay, versuchen wir mal jede Stufe einzeln. Beziehungsweise, jawohl. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, nee. Ah, fuhr, aber das ist noch... Das sieht noch ein bisschen einfacher aus als die eben. Oh, fuck. Kackt. Hm, hm. Hm. Oh, jetzt ist da drüben kein Checkpoint. Kacke. Hm, okay. Oh, Herr im Himmel. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh, bleib doch da drauf. Verdammter Naht, ey. Oh, jetzt aber. Oh, okay, also die wird wegen diesen tollen halben Hängebrücken definitiv keiner meiner Lieblingsmaps. Aber gut, was haben wir denn hier, 15 Fehler und 1,58 für Silber, um Gottes Willen. Und wir kommen zur letzten schweren, das Substratum. Da bin ich jetzt ja mal auch sehr gespannt. Bring uns das Platin, wisch die Schulden weg. Ja. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Das Platin ist ein langer Weg. So, okay. Alter, ernsthaft jetzt? Hm. Nein. Oh, Gott. Ja, geil. Ach, da unten muss ich hin, okay. Oh, okay. Okay, jetzt da hoch. Oh, okay, die fängt auch an zu kippen. Oh. Das wird auch keine meiner Lieblingsmap. Zu viele Schrägen. Wo geht's hier hin? Ah, ja. Komm, Checkpoint. Oh, okay, zu schnell. Oh, zu verkackt. Oh, ebenfalls zu verkackt. Alter, jetzt krieg ich noch nicht mal meine vernünftigen Bunny-Opin hier. Wieder zu schnell darüber. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Scheiße. Ich dachte, da muss ich oben drauf. Ah, Mist. Oh, komm, 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 komm. Oh, okay. Oh, okay. Oh, doch, klappt. Oh, doch, klappt. Okay. Okay. Wie? Oh, okay, ich bin begeistert. Und ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Okay, alle Klärchen. Damit sind wir am Ende des Parts angekommen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wie gesagt, ich wollte euch hier jetzt die einzelnen Kampagnen, ja doch, die einzelnen Kampagnen natürlich auch und die Strecken in den DLC-Kampagnen auf jeden Fall einmal zeigen. Wie gesagt, zumindest mittel und schwer, extrem. Da fehlt mir einfach noch, oh Gott, deutlich Erfahrung und Skill und, ach um Gottes Willen, anderes Thema, lassen wir das. So, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss.